recht herzlich willkommen zur 134 folge von city skylines ja wir sind wieder im spiel wir hatten noch was offen und zwar war da irgendwie eine müllabfuhrproblem hier unten war das am hafen ach ja und der friedhof hier der hatte ja auch noch ein problem und zwar müssen wir den verschieben weil er keinen anschluss hat die autobahn da kann man nicht so direkt auf den friedhof fahren jetzt müssen wir mal gucken ob wir den platziert kriegen da ist schon einer haben wir hier hinten noch irgendwo eine möglichkeit den da hinzukriegen ohne dass wir da toll ist das nicht hier ist jetzt auch nicht so, wir können eine seebestattung machen dahin da müssten häuser abreißen okay die werden wir hier wahrscheinlich hier immer irgendwo abreißen müssen aber wenn der da ist und das ist grün wieso ist denn denn also weil er nicht aktiv ist ist ja nicht grün alles klar also da wird es gehen ist die frage, ah warte mal hier ist, na auch nicht so sinnig ne da wäre möglich und hier will er nicht, aber da können wir gerade noch ein stück die straße weiter ziehen und dann würde es doch gehen oder ich glaube da müssen wir den friedhof noch mal holen der war das ich glaube so ist nicht verkehrt ne so die straße passt und jetzt müssen wir den friedhof noch mal holen die straße weg und friedhof her machen wir da hin geht ne oder doch da wunderbar dann kann der aber auch wieder aktiv werden und irgendwo war gerade einer der war auch deaktiviert ne wo ist er ja wo muss er das symbol sein da ne der ist nicht deaktiviert kein platz mehr also muss man so arbeiten ne ja und da sind schon wieder total viele abreißgebäude die müssen wir alle weg machen gerade dann können wir wieder neu bauen hier sind ganz viele da ist noch eins dazugekommen wo ist das das ist das dort geht ne da ist noch eins hier ist auch noch einer ja dann ist ein bisschen besser da können wir noch eins wegreißen da oben sind noch brandflecken da sind vier stellen da müssen wir mal gucken was die feuerwehr da macht ne aber eigentlich ist die hier präsent wie man sieht jetzt eher da brennen müssen aber geht das mal so wäre es eher hier nötig machen wir eine da hin gut lassen wir so die waldbrandgefahr oder warum sind die bäume orange so aber das nächste problem war noch oder das nächste nicht sondern das problem aber das ist hat sich schon erledigt das müllprobleme da war wohl dann nur kurzfristig ein problem das wohl weg ich glaube an dem haus hier war das auch was man denn da noch für ein zeichen dran kranke bürger ok was machen denn da die arztpraxen ja die straße ist grün das ist jetzt dann nicht unbedingt krank wegen fehlende arztpraxis das hat einen anderen grund dann ist hier eher was im argen wo setzen wir deine arztpraxis hin die straße ist da da und da ist eine hier hinten ist auch einer wir können höchstens hier einen hinsetzen und ob das dann besser wird ist auch noch eine frage ne und da bauen wir hier noch ein krankenhaus 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 ist hier irgendwo ein krankenhaus ja da hinten was ist das denn hier eine sauna haben wir die schon gebaut ich glaube eine sauna haben wir noch gar nicht gebaut ne so zum wohlfühlen ne können wir hier gleich neben dem dingens bauen ne macht da eine sauna hin dann freuen die sich alle hier geht bis dahin hier ist noch ein freies plätzchen oder passt nicht hin da soll was abreißen dann wir haben jetzt sauna ausgewählt und es ist grün ne so doof jetzt hätte ich gerne gewusst wie weit reicht die sauna oder haben wir hier schon welche hingebaut ohne zu wissen das wären zwei gebäude das ist keine da sind auch keine ja die sieht so aus aber jetzt auch nicht wirklich erkennen die stadt besteht auch aus vielen krankenwagen ich glaube da ist nichts kein platz für müsste man was für wegreißen machen wir mal damit es denen ein bisschen besser geht hier ist ja noch platz eigentlich zu überlegen ob man das dahin macht oder nicht kommt zack da machen wir noch eine sauna hin so hier hinten denen geht es auch nicht so gut die wollen da bestimmt noch eine sauna haben guck da freuen die sich alle super da ist auch noch ein rotes haus zack sind die auch alle glücklich da hatten wir schon eine ja 85 prozent ist die durchschnittliche gesundheit zack und viertel ist glücklich kriegen wir da noch eine hin ja die freuen sich auch hier irgendwo noch was schwierig das hier hinzukriegen da geht aber was wunderbar hier ist noch ein neues mittel aber da könnte es sein dass wir schon eine sauna gebaut haben das ist keine ist auch keine ich glaube hier sind ist noch keine ja fast alle haben was gekriegt hier hinten nicht ne aber das ist jetzt egal so haben wir das lassen wir das gut sein soll erstmal reichen ja sauna läuft jetzt sind wir wieder an unsere gewohnte stelle gehen wir erstmal wo hier die schiffe angelegt haben das passiert ja auch ah der hat jetzt gerade entladen konnte ich nicht sehen aber der war auch nicht voll ne kreuzfahrtschiff wie sieht es damit aus die sind voll weg aber das ist ein frachter der sieht voll aus aber das ist nur vier prozent für uns naja dann fahren denn hier auch züge rein und raus oh da können keine züge rein und raus fahren unter wasser ist voll gelaufen ne zeigt er sogar an ist krass oder was machen wir da jetzt ist er nicht mehr voll jetzt kommt auch ein zug jetzt läuft sie da voll es wird mich interessieren ob der durchfährt oder nicht ne der verschwindet wegen keiner anbindung wahrscheinlich ne gucken wir doch mal ob wir das land hier annehmen können damit das besser wird oder gelände abschrägen müsste es erstmal anheben was haben wir denn hier für möglichkeiten noch radwege können bauen bäume steine und letzte wasser strukturen ok hochwassermauer das hört sich doch cool an oder wo aber die ist aber fett oder ein kai ey wie groß ist das na den kann ja keiner bauen ne so jetzt habe ich da ein stück kai gebaut super den kriegt aber jetzt nicht hin und das hier und dann würde auch nicht machen dann ne ja gut das funktioniert dann nicht dann läuft uns das was einmal rein oder wir heben das land hier so ein bisschen an tja müsste man noch mal gucken wie das so aussieht ich glaube jetzt ist besser ne ich glaube jetzt läuft da kein wasser mehr rein ist grad dunkel ne schlecht zu sehen aber ich glaube das hat geklappt ja oh ne da ist jetzt wieder wasser dran ja ist wieder wasser dran also nicht geklappt also nicht geklappt wieder so hin wieder so hin also was war denn das jetzt das ist schlechter geworden wie besser ne so jetzt passt es aber ne jetzt kommt da kein wasser mehr hin oder glaube nicht gut lassen wir so ja dann nächsten probleme hafen läuft leute kommen tourismus und sondern hier alles so straßeninstandsetzung ja das ist auch noch ein thema ne kann ich das irgendwo sehen jetzt nicht so wirklich ne ich brauche hier noch ein paar straßenmeistereien dann ne hier ist ja gar nichts ok und das fand ich hier bei der straße da ne irgendwo muss hier eine straßenmeisterei mal hin ne da geht schon was hier geht nix dann geht was hier ist ja schon einigermaßen gut achso jetzt wird auch das hier angezeigt ja bis auf diese straße ist schon alles in ordnung ne kann ich komischerweise nirgends wieder hin bauen und anders machst ja das müllgebiet das hat auch ein probleme mit der straße und hier ist auch nicht so gut ne ja kriegen wir denn die straßenmeisterei dann hier unter ja wo liegt das problem dass ich ah kostet 40.000 haben wir nicht das ist das problem 39 die kostet 480 unterhalt das können wir uns überleisten wenn wir 5.000 plus die woche haben ne gut warum das jetzt hier mal aufgeht weiß ich auch nicht weiter gelände höhen heizung ok freizeit stadtwirtel mich auch tourismus hätte ich gerne ist es das ne bevölkerung kriminalität hm hm lärmbelastung müll wo könnte ich den tourismus finden ne stufen ach hier hinten steht dahinter alles klar also mit dem bus fahren 134 pro woche was ist das ach das ist bestimmt die straßenbahn die haben wir noch gar nicht gebaut ne da müssen wir uns auch mal dran erwagen ok dann würde ich sagen in der nächsten folge ist straßenbahn angesagt wollen wir mal gucken wo sich das rentiert dass wir das ändern da müssen wir ja mal gucken ne die müsst ihr irgendwie so zu diesen straßen zur zur u-bahn vielleicht da quer fahren dass man da sagt komm jetzt fahren wir hier mit der straßenbahn das gebiet rein oder so ne da müssen wir mal gucken oder hier zum beispiel darüber das machen wir in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss das